Hey Freunde, willkommen zurück in einem neuen Video und ja, wir sind hier wieder Minecraft Hebonit und das ist schon ziemlich früh, weil ich habe mir gedacht, ich ziehe jetzt mal ein bisschen durch und ja, würde ich sagen, gut, ich wollte ja meinen Tunnel bauen, ich habe mir jetzt irgendwie so gedacht, dass ich von hier das halt zum Dorf verbände, das heißt ich muss jetzt erstmal die ganzen Öfen entfernen, benutze ich mal die Eisenpickern, die drei da oben kann ich eigentlich da lassen, das stört mich jetzt nicht, gut, dann kann ich die hier platzieren, übrigens, an die Anime-Kenner von euch, habt ihr schon planet geguckt, ich habe es damals mal angefangen, ja, ich habe glaube ich bis Folge 10 geguckt oder so, ich konnte mich halt kaum noch dran erinnern, Planet After Stories habe ich halt komplett geguckt und ich habe letztens wieder angefangen mit Planet und ich muss wirklich sagen, der Anime ist toll, es gefällt mir irgendwie, das gibt mir montan irgendwie voll die guten Vibes und schön, es wird zwar noch trauriger, das weiß ich, ich bin gerade bei der fünften Folge und ja, ist schön, weil das Ding ist, man verliert nach den 300, 400. Anime wirklich so langsam die Motivation, an den Anime anzugucken, der auch lange geht, ja. Aber Planet, ähm, gibt gerade schöne Vibes, so am Tag, vielleicht so zwischendurch so eine, ein, zwei Folgen davon, schön. Ich habe mir dieses Jahr auch vorgenommen, wieder mehr, auch neuere anzugucken, aber um so ein bisschen Motivation zu schnappen, wollte ich so eher mit den Classics mal ein bisschen, äh, auffrischen, das meint, ja. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Aber ja. Ach, ich wollte auch, ich weiß nicht, ob ich dazu ein Video mache, zu den, äh, Pokémon-Opening-Hype auf Twitch, beziehungsweise mittlerweile ja auch noch mehr verbreitet auf YouTube wieder. Ähm, ich habe das damals schon öfter geguckt und ich habe tatsächlich sogar schon, ich meine, 2016 ein Opening gemacht, damals noch auf Dark QB. Hm. Ich habe es damals schon gefällt, ich, mich freut es irgendwie, dass es momentan so ein Hype ist und mich freut noch mehr, dass hier eine Höhle ist, habe ich da eine direkte Verbindung in die Unterwelt, wenn man es so sehen will. Ja. Und ich weiß, viele interessieren sich nicht wirklich für Minecraft Let's Plays oder generell jetzt noch weiterhin auf meine Videos, da ich halt einfach so doof war und halt einfach mega inaktiv war. Das war halt einfach nicht klug, ne. Aber gut, was will man machen? Es ist so. Und stören tut mich das ehrlich gesagt auch nicht. Das letzte Video hat tatsächlich mehr Aufrufe bekommen, als ich dachte, ja. Äh, vor allem heute der Aufnahmetag, der 29. Ich nehme das nämlich gerade um, äh, 23 Uhr, 38 Uhr auf. Wird dann wahrscheinlich so um, ähm, 4, 5 Uhr online kommen, das Video. Mal sehen. Ist hier morgen was da. Ja. 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 Also langsam müsste eigentlich die Auskunft kommen, weil hier ist schon vermehrt, ähm, Erde. Weil dann habe ich einfach eine entspanntere Verbindung. Das ist auch ziemlich sinnvoll. Dann kann ich direkt ins Dorf schnell und halt, ähm, habe die Hausverbindung und die Tunnelverbindung. Besser geht es eigentlich nicht. Aber jetzt habe ich keine Schaufel. Ich mache mir mal eine Schaufel. Ah, gut. Ah, gut. Ah, da ist es. Das ist auch schön. Und dann habe ich jetzt eine gute Verbindung. Und die Monster sind übrigens an. Also wenn mal Nacht wird, muss ich mich warm anziehen. Ich mache jetzt noch keine Meaning-Tour. Also, das ist mir ein bisschen zu riskant, weil ich halt nicht wirklich ausgerüstet bin. Aber was ich machen kann, ähm, ist... Ich überlege gerade wieder... Ähm... Okay, so ging die. Okay, das ist gut. Okay, gut. Die Tore, ähm, ging die nicht so. Okay, gut. Okay, gut. Weil wenn da jetzt irgendwie Zombies kommen oder so, dann... Ja, man weiß ja nie. Hier würde ich dann auch, äh... Erstmal komplett zu machen. Bis ich weiß, wie ich das hier alles mache. Okay, gut. Passt auch. Bisschen Kürbis mitnehmen. Okay, gut. Gut, dann gehe ich mal pennen. So. Okay, gut. Da habe ich ja schon mal was geschafft. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen sortieren. Gut. Gut. Es ist für mich sortiert. Gut. Ach, die Kürbis habe ich ja so hierhin platziert. Gut. Ach, hier hätte ich noch ein... ...Sitz-Ding gebraucht, aber... ...da möchte ich sowieso keinen hinsetzen. Die nehme ich mal mit ins Haus, damit die eine Verwendung hat. Okay, gut. Super. Okay, ich sollte... ...bisschen Tierjagen gehen. Dafür brauche ich aber ein Schwert. Sehr gut. Ich bleibe mal lieber hier auf der Wiese. Ach, da ist ein Schweinchen. So. 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 Das war's. Viel mehr ist hier jetzt auch nicht. Das ist sogar auch gut. Weiß ich Bescheid. Gut. 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 Na gut. Ich denke, das war's dann auch, ähm, dieser kleinen Episode. Ich glaube, vielleicht werde ich das nächste Mal streamen oder so. Das wird ja ein bisschen länger, weil ich dann ein Haus rumwerkel. Aber ja. Das soll's erst mal gewesen sein. Eine kleine Zwischen-Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Warte, warte, warte. Okay, gut. Na gut. Das war's dann. Videohäuptige Episode. Ciao, Leute. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.